Hey Leute, ich bin's wieder. Ich grüße euch an diesem wundervollen Abend. Und ich muss euch sagen, passt auf, hier wird mal wieder ausgetreten. Bernd trifft seinen völlig deprimierten Kumpel Herbert in seiner Stammkneipe. Sag mal, warum bist du denn so schlecht drauf? Herbert, ich habe dir doch von diesem scharfen Häschen erzählt, das bei mir in der Firma arbeitet. Ich habe es nie gewagt, mit ihr auszugehen, weil ich immer eine Riesenlatte kriege, wenn ich sie nur sehe. Aber jetzt habe ich mich endlich mit ihr getroffen. Ist doch super. Und, wie war's? Weil ich solch eine Angst vor einem Ständer hatte, habe ich ihn mir mit Tape am Bein festgeklebt. Sehr vorsichtig von dir, meint Bernd. Ich klingle also an ihrer Tür und sie kommt in einem super sexy Minirock raus. Und was passierte dann? Dann habe ich ihr voll ins Gesicht getreten.